Hallo Freunde, weißt ihr, warum wir brauchen so viel Stalat? Weil wir gehen heute die Zieres futtern. Ich gehe mal schon mal los. Die lieben sehr gerne Erdnüsse. Die lieben sehr gerne Erdnüsse. Guckt mal, es sind sehr, sehr viele Freunde. Und die fressen ja sehr viel. Die lieben sehr, sehr gerne. Untertitelung. BR 2018 Freunde, guck mal, ich habe einen Traktor gefunden und hier ist ein Euro gemalt und ich habe auch ein Euro. So, jetzt einmal weg. Oh, perfect. So, jetzt einmal weg. Das fährt super gut. So, jetzt bin ich. Wait! Die haben mich gekuschelt, geschubst und ich habe die Tür aufgemacht, er hat mit mir gelegt. Lass uns die Papageienfutter. Mit die? Mit den Nüssen. Ich habe noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen. Hallo, Papageien. Ich habe noch nie gesehen. 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 Ich habe noch nie gesehen.